Was haben wir gestern für einen spannenden Tag für den Bitcoin-Preis gehabt? Im Endeffekt ist es genau so gekommen, wie ich es gestern in meinem Video vorausgesagt hatte. In diesem Video, falls ihr es euch noch nicht angeschaut habt, solltet ihr es jetzt unbedingt nachholen. In diesem Video gestern habe ich wirklich ganz genau darüber gesprochen, was uns möglicherweise bevorsteht und wie die Preisbewegung in den nächsten Stunden sein wird. Außerdem habe ich hier an dieser Stelle von diesem Falling Wedge und einem möglichen Fake-Out nach unten gesprochen. Genau das ist ebenfalls hier an dieser Stelle zugetroffen. Wer mein gestriges Video geschaut hat und Profite in dieser aktuellen Situation mitnehmen konnte, Glückwunsch Leute, freut mich für jeden Einzelnen von euch. Aber damit ist es noch nicht getan. In diesem Video habe ich weitere sehr, sehr spannende Informationen für euch vorbereitet, auf die ich ganz genau und detailliert eingehen werde. Deshalb würde ich euch vorschlagen, dass ihr dieses Video unbedingt bis zum Ende anschaut. Und wenn euch dieses Video gefällt, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke, denn so könnt ihr euch sicher sein, dass ihr immer up to date bleibt und immer von mir die bestmöglichen Informationen zum richtigen Zeitpunkt erhaltet. Erst einmal möchte ich über dieses Falling Wedge und diesen Fake-Out hier an dieser Stelle nach unten hin zu sprechen kommen. Ich hatte ja davor gewarnt, dass wir möglicherweise ein solches Szenario hier an dieser Stelle erleben werden. Und genau so ist es nämlich auch gekommen. Das Interessante an diesem Falling Wedge ist, wir sind hier an dieser Stelle zwar nach unten hin rausgegangen, allerdings haben wir keine 4-Stunden-Kerze unterhalb von dieser Support-Linie abgeschlossen, was ein sehr, sehr gutes Zeichen ist. Außerdem konnten wir erkennen, dass die 30.000 bis 31.000 Dollar wirklich ein sehr, sehr starker Support ist. Hier gekennzeichnet mit diesem roten Kasten. Aber dann kam es noch spannender und zwar haben wir hier aus diesem Falling Wedge einen Ausbruch nach oben erlebt und haben diesen Ausbruch sogar an dieser Stelle bestätigt und sind dann erneut mit dem Preis weiter nach oben gegangen. Das Preisziel aus diesem Pattern lag ja bei 36.000 Dollar. Noch haben wir diese 36.000 Dollar nicht erreicht. Allerdings bin ich guter Dinge, dass das jetzt in den nächsten Stunden passieren könnte. Außerdem können wir hier mit dieser gelben Linie diesen fallenden Widerstand erkennen. Wichtig wäre es nun, dass wir diesen Widerstand in den nächsten Stunden hinter uns lassen können. Und auch in unserem MACD-Indikator sieht es wieder etwas interessanter, etwas bullischer aus. Wir sehen hier, dass die beiden Linien sich wieder annähern und somit tut sich Hoffnung auf, dass diese beiden Linien sich erneut kreuzen werden und wir nach diesem bayerischen Crossover hier in den nächsten Stunden dann erneut ein bullisches Crossover haben werden, sodass wir dann in ein bullisches Momentum erneut übergehen und der Preis weiter steigen wird. Auch hier in meinem Favorit-Indikator haben wir jetzt gerade in diesem Moment eine sehr, sehr, sehr spannende Entwicklung. Die gelbe und die grüne Linie haben sich jetzt in diesem Moment berührt und die gelbe Linie steht kurz davor, über die grüne Linie zu steigen, was in der Regel einen heftigen Preisanstieg bedeuten würde. Leute, weiterhin habt ihr die Möglichkeit bis zu 1610 Dollar komplett kostenlos hier auf Bybit abzuholen. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist diesen Link unten in meiner Videobeschreibung anzuklicken. Danach öffnet sich Bybit. Innerhalb von Sekunden habt ihr euch einen Account erstellt und nach eurer ersten Einzahlung erhaltet ihr bis zu 1610 Dollar komplett kostenlos, komplett unverbindlich. Ihr könnt ausschließlich mit diesem Bonus traden. Euer eigenes Geld müsst ihr dabei nicht mal anfassen. Die Profite könnt ihr dann im Anschluss auch wieder problemlos von der Börse abziehen und auf eure eigenen Wallets packen. Vielen Dank Leute, das war es von mir für dieses Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke. So könnt ihr euch sicher sein, dass ihr immer up to date bleibt und mindestens ein Video von mir jeden Tag erhaltet, komplett kostenlos. Vielen Dank Leute und bis zu meinem nächsten Video. Bye, bye. Bye, bye.